Ich lade Sie herzlich ein, die kollegiale Fallberatung beim Pflegenetzwerk Deutschland auszuprobieren. Hier haben Sie die Gelegenheit, Ihre Alltagssituationen, Probleme, Grenzen, an die Sie stoßen, mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Einrichtungen gemeinsam zu besprechen. Ich werde Sie als Moderatorin da gut durchleiten und kann Ihnen versprechen, dass da ganz viel Kompetenz im Netzwerk ist, die Sie bei Ihren Anliegen unterstützt.